Gut, dass sie hier sind, denn dieser Fall ist unerklärlich. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Der Mörder hat sogar auf die Laterne geschossen, dass das Opfer abgelenkt ist. Wir müssen mit den Zuständigen besprechen, was zu tun ist. Die Mafia ist sehr viel gefährlicher. Die anderen 100, ich hab alles erledigt. Du hast versagt, es sind Spuren gefunden worden. Stirb oder morde nochmal. Demnächst wird es einen Prozess geben. Töte alle. Okay, Meister. Ich beginne sofort. Wir sind versammelt, um über die Mafia zu reden. Das Problem ist, sie töten jeden, der gegen sie aussagt. Nein! Hier sind wir sicher. Wir müssen sofort handeln. Genau! Ruhe im Gerichtszahn! Wir sind sicher, die Mafia kann uns nichts anhaben. Klirr! Aua! Aua! Hilfe! Getroffen! Ergreif die! Aua! 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 Aua!